hier leute es geht und es geht weiter hier mit let's play assassin's street or the scene hier auf den obsidian inseln ich werde heute schätze ich auch mal nur diese folge hier aufnehmen und morgen richtig aufnehmen heute werden über 1 vorgemachen als ich halt auch schon bei der stranding heute gemalt gestern gemacht hat kam einfach ja ich muss vorsichtig ob ich die zwei millimeter mit hervorragend doch ist auch gemein ja liegt aber daran ich habe die zeit die ich hatte in das projekt gesteckt sozusagen zwei davon drei schatzkästen einmal das was was Ah nein! Ah! Schönes Leben noch! Achso, die greifen nicht an die Hunde! Ah! Ich dachte, das ist ein Wachhunde! Das sind nur so easy Hunde! Achso! Achso! Hat der mir die Leiche gesehen? Das ist euer Herrchen! Was? Oh! Passiert! Das krieg! Da hat hier etwas zu verlieren! Oh! 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 da wollte ich schon töten, tatsächlich wow ja, das ist aber auch hart ja, es ist tatsächlich so, die Aufnahme für Assassin's Creed ist halt äh, für Borlens, da muss man halt neu aufnehmen hier ist zum Glück eine, so eine Dauerquest, die kann man also öfters aufnehmen ähm leider, leider, damit ich euch auch gewährleisten kann, dass es hier den Tag kommt, weil mir keine Folge fehlt hier ist zum Glück auch nur die Folge, die kaputt ist, tatsächlich da hab ich noch mal Glück gehabt es hat das hat gar nicht ausgemacht und eigentlich, okay äh, ich war äh 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 gut gut bestätigen gut bestätigen äh äh gut dann sind noch ein gang höher das sind ja noch eins zwei drei vier da ist der, ist der, ist der hier irgendwo, wo, wo, wo ich auch hinkomme ah ne, der war da, stimmt war ja ganz, das ist ja nicht mal viele Söldner, ne, die ich umbringen muss, also herausführende herausführende akzeptieren ne, war ja so, aber, ist es ja einfach doof, weil, ähm, ähm, äh, ich habe mich freuen mir, bei uns aufzunehmen, aber doof, wenn sowas passiert, weil der PC da kommt, das ist ärgerlich, eklig ähm, ich bin froh, ist die Quest, du hast immer vor, da wären wir jetzt irgendwie, sorry, plot twist, das wäre ja voll scheiße, ich meine, ich könnte immer noch Vakirer fragen, und sagen so, hey, Vakirer, gib mir mal die, kannst du mir Aufnahme geben, dann würde ich auch machen, das sind da gar kein Problem, das könnte man regeln, aber vom Prinzip her ist das halt scheiße, so, weil, ich habe ja ganz gerne, weil da sind dahinter ist ja dabei, aufnehmen und nicht, dass ich da eine Aufnahme nehme, Ich bin froh, Leute Wäre in dem Fall eigentlich anders möglich, ja, aber Ähm, vom Prinzip her, das wäre ja doof Das mache ich damit Jetzt habe ich hier leider kurz vorgequatscht, aber Das ist ein, nein, also ich Das ist nicht gegen, boah, äh, du, aber Im Prinzip das ist ja, irgendwie Ja, genau, er ist also der, 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 der Der, 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 der King of Kamerius, der Hurensohn Ach, der Sirenensohn Ah, wir reden über, boah, letztens die Sirene Ah, ist das gut Oh, wie, so, oh Gott, das sind halt, das ist der Gedrückt Ah, wo kommt das denn her, hallo Das ist feuer I don't mark feuer, tschüss Oh Gott, nö, nicht mit einem riesen Teil Scheiße Ah, nein Ich bin auch, ne, ist nicht gut Ich bin ja nicht so ein Ich bin ja nicht so ein Ich will es Alter Alter Oh Gott, das, das läuft jetzt Das ist aber cool, wenn wir ein Feuer Ich bin aber zu weit drin Nein 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 Ich brenne Was? also gesagt philipp verstanden er will spielen werden alles aber noch kein schwer gott bist du ein wichser das bist du einfach ja das könnte ich auch fragen weil meine lebensenergie hier unten ist weiß ich hoffe ich habe eine lebensenergie eingebaut und die hat doch nicht tot warum ich so eine lebensenergie einbaut muss ich auch fragen es heißt ich jetzt bestimmten rang höhere genau er ist ja genau dann gehen die halt rang also zwei die genau sehr gut und ich will doch endlich mal das finde ich auch einmal voll bekommen die söldner kacke dann noch mal kurz angeht und sich als als ziel setzt dann könnte man auch bald das schiff mal voll das spielaufgang ja lief doch ganz gut wir haben das gedrückt wir sind es ausblenden wo ist er auch da wo ich noch nicht bin okay also ich gucke jetzt nur nach jemanden der hier wo geht es noch leuten die 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 da sind wo ich auch an will ach der ist hier dann bin ich mir noch aber gut ich will auch noch ja gut dann war meine kopfgeld kopfgeld jate machen wir mal so weit die kopfgeldjäger fertig bis bis wir halt fast rang 1 sind ich will halt schon ganz gerne rang 1 soll das ist aber vom komplett ding hier na gut das mal ähm ja ja also daher aber ja dann ab die zeit wie normal ist für euch aber meistens auch uninteressend ob ich glaube ich nur eine folge pro tage aufnehmen hauptsache dann interessant dass jeden tag eine folge kommt und ich habe heute noch mal ein neues projekt aufgenommen was auch echt äh äh nice ist tatsächlich ich habe auch noch mal ein neues aufgenommen was auch noch mal weg muss das auch noch mal heute nur ging tatsächlich weil wenn deutschland dazu kommen da freischaufeln hier und in der woche neu ich habe das ganz 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 am wochenende muss ich ehrlich sagen wobei projekte oft und so wenn wir auch schwierigkeiten machen und dann man freut sich auch in der woche auf wochenende fortsetzen ist immer leichter finde ich als aufnehmen neues projekt da haben wir auch in der woche auch schon gemacht aber und am wochen immer entspannter man muss ein spiel einstellen dann hab ich dann manchmal mit probleme weil das ja so aufnehmen halt ne meistens immer den anfang diese wo die firmen präsentieren hey da der und der entwickler ist an dem spiel beteiligt und dann ohne menü machen wir mit dem schneiden so ein bisschen und das ja auch streicht schneiden und deswegen mache ich jetzt mal ganz gerne am wochenende mache ich aber auch auf das in der woche also wenn die das halt anbietet also aber diesmal am wochenende heute relativ gut angeboten und wenn das hier in sich das halt gut anbietet dann mache ich es auch so genau den da hinten bringe ich noch mal ganz kurz um wir müssen wollen wir mit schon mal eine kürzere folge da waren wir schon einige lange folgen gehabt und ich sei dir gesagt immer mal ich bin immer wieder früher ist auch herr mal kurz und ich mache ja nicht so oft also ich mache jetzt nicht immer oft hier die arten und folgen doch wenn ein neues projekt auch gerade wenn ein neues projekt kommt soll ist es ist ja mal so das ist halt das dann ist es halt mal so komm her du deswegen ist auch gleich muss auch gleich los das gebiet wird sicher gut verteidigt egal irgendwie umbinden könnt oh ne da war ja was mit 1 weiß ich nicht könnte es umbringen so machen wir machen weiter ich habe auch noch mal pausiert und wir bringen ihn jetzt um so und so ja geil er wusste da jetzt kommen ja was soll ich mich glückte halten auch egal eigentlich auch jemand endlich mal jemand damit viel kämpft warte mal was so ja So, eigentlich wollte ich ja die Quest auch weiter machen, aber irgendwie hat es das Kotze ergeben. Na ja, das würde ich das hier machen. Ja, schön. Dann damit habe ich nicht jetzt auf Rang 2, ne? Ja gut, den kann ich ja nicht. Und den hier? Wo, wo, wo ist der so unterwegs? Auch da, okay. Also die gehen gar nicht. Wie ist denn hier mit dem letzten aus? Huh? Nein, folge ich, okay. Ja, das war's. Wie ist das? dann haben wir die folge normal groß und dann haben wir alle weg wir momentan töten können dann bringe ich alle anderen oben noch sehr gut aber ja mal hier ein paar kopfgelder kopfgelder hier kurz gemacht dann ist es weg oder dann sind wir auch endlich mal wieder gang 1 denn dann können wir gar nichts mehr weiß nicht wie es dann aus diesem kopfgelder getötet mal getötet werden aber das sieht ja nicht sehr selten oh in einem uhr ist weihnachten und zeitgute aufnahme aber die feuer kommt morgen oder eher beim 25 die stellen sie auch schon bald wieder rum kann ich mir bald wieder dubbeln ich will keinen neuen söldner ich will ihn der geburtsort des apollon persönlich beeindruckend ja ohne pferd er ist ohne pferd sehr gut guten tag das war ein angriff zu viel daneben war ja nur ein angriff daneben war doch ein zu viel scheiß drauf da war ja und jetzt der ist auf rang 1 geschafft gut dann noch ihnen hier und noch zwei und die beiden sind glaube ich auf die auf dem gleichen ding also haben wir es geschafft gut leute dann würde ich sagen beim nächsten mal jetzt weiter vielen dank fürs zuschauen euer paris bis nächsten folge tschüssi also bis morgen haut rein